Packt den Blaster aus und macht das Riesenschwert bereit. In Dolmen nehmt ihr es mit Horden garstiger Aliens auf. Wie gut aber ist das Action-Rollenspiel aus Brasilien? Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Games.ch und dem Testvideo zu Dolmen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Games wie aktuell, From Software's Elden Ring brachte das Nischen-Genre in den Mainstream. Das düstere Abenteuer verkaufte sich bis heute weltweit beinahe 14 Millionen Mal. Das brasilianische Massive Work Studio nimmt sich für Dolmen ganz offensichtlich Titel wie Dark Souls oder auch Sekiro Shadows Die Twice zum Vorbild und bringt deren Spielformel in ein finsteres Science-Fiction-Szenario. Man könnte fast sagen, Dolmen ist so etwas wie das uneheliche Kind von Dark Souls und Dead Space. Aber kommt dabei auch ein richtig gutes Action-Rollenspiel heraus? Dolmen erzählt eine geradezu klassische Science-Fiction-Geschichte. Nach beunruhigenden Funksprüchen verschleckt es euch auf den Minenplaneten Revion Prime. Dort forschen Menschen nach dem namensgebenden Kristall Dolmen, der als neue Energiequelle genutzt werden sollte. Ihr übernehmt den Commander und müsst auf dem Planeten nach Proben des einzigartigen Materials suchen. Schnell stellt sich allerdings heraus, dass es auf Revion Prime viel größere Probleme gibt. Auf dem Planeten angekommen, bemerkt ihr, dass kaum ein Minenarbeiter mehr lebt und auch, dass deren Station scheinbar von einer merkwürdigen Alien-Spezies übernommen wurde. Eure Aufgabe besteht nun darin, diesen Entwicklungen auf den Grund zu gehen. Dolmen ordnet seine Geschichte eindeutig dem Gameplay und vor allem den Kämpfen unter. Sie dient letztlich nur dazu, um die verschiedenen Gebiete, wie beispielsweise die Halde oder die Labore, miteinander zu verknüpfen. Der Story mangelt erst an großen Überraschungen und an wirklich interessanten Charakteren. Sie ist nur Nebensache. In Sachen Gameplay und Spielstruktur nimmt sich Dolmen From Software's Souls-Serie zum Vorbild. So entzündet ihr Leuchtfeuer und verwendet diese als Schnellreise, aber auch als Speicherpunkte. In den Kämpfen gesammelte und für Stufenaufstiege notwendige Naniten-Kristalle verliert ihr beim Ableben und habt danach nur einen Versuch, um diese zurückzuerobern. Immerhin, gefundene Materialien behaltet ihr. Mit den Leuchtfeuern teleportiert ihr euch zudem zurück an Bord eures Raumschiffs, wo ihr Crafting-Funktionen und eine Kammer für die Stufenaufstiege vorfindet. So viel sei gesagt, ihr werdet diese Möglichkeiten häufig verwenden, denn Dolmen mag zwar nicht so bockschwer sein wie Demon's Souls, hängt aber die Messleiter an eure Fertigkeiten trotzdem recht hoch. Das Kampfsystem verbindet dabei Nah- und Fernkampf stark miteinander. Durch gefundenen Materialien schaltet ihr immer neue Waffen frei und stockt so im Verlauf euer Arsenal mächtig auf. Für den ein- oder beidhändigen Nahkampf greift ihr etwa zur Schwert-Schild-Kombination, Hämmern, Riesenschwerter, Energieklingen und anderen Werkzeugen. Für größere Entfernungen schnappt ihr euch Blaster, Laserschrotflinten oder Sturmgewehre. Die Auswahl ist üppig und das schrittweise Aufrüsten und Ausprobieren der Möglichkeiten sorgt für Motivation. Besonders wichtig, Dolmen setzt massiv auf Elementarfähigkeiten der Waffen. Feuer-, Eis- und Säureattacken richten abhängig vom Gegner mehr oder weniger Schaden an. Entsprechend lohnt sich auch hier das Experimentieren mit den gebotenen Optionen. Sehr schön, die Zusammenstellung eurer Gear beschert euch passive Boni, sodass eure Ausrüstung nicht blind zusammengestellt werden kann. Soweit hört sich Dolmen wie ein willkommener und durchaus spannender Souls-like Ableger an. Allerdings erreicht es zu keinem Zeitpunkt die Qualitäten seiner Vorbilder. Das beginnt bei der technischen Umsetzung, die im Test der PS5-Version nur selten überzeugte. Sowohl das teils sterile Setting als auch das durchschnittliche Gegner-Design enttäuschen. Selbst einige der Boss-Gegner wirken im Vergleich zur Konkurrenz eher unspektakulär. Ganz ähnlich sieht es beim Gameplay aus. Während das Kampfsystem im Kern stimmig ist, zeigen sich in der Praxis etliche Schwächen. In Innenräumen ergern wir uns viel zu oft mit der störrischen Kamera und der katastrophalen Zielerfassung herum. Dolmen erzeugt sehr künstliche Schreckmomente und versteckt hereinbrechende Feinde kurzerhand auf höheren Ebenen oder wartende in Ecken. From Software greift auf ähnliche Mittel zurück, macht dies aber viel eleganter. Dazu gesellen sich immer wieder kleinere Programmfehler. Monster reagieren etwa häufig nicht, wenn man sie aus der Distanz angreift. Diese leichten Abschüsse schaden leider auch der Atmosphäre. Und so mehrnert das Spielgefühl stark zwischen der Freude am Kämpfen und am Erforschen und dem Frust ob kleinerer und größerer Probleme. Gerade bei fieseren Monstern oder gar Bossen hatten wir zudem Schwierigkeiten damit, Attacken rechtzeitig zu erkennen und darauf entsprechend zu reagieren. Wenn wir gleich mehrfach per One-Hit-Kill ohne erkennbaren Grund aus einem Bosskampf gekegelt werden, dann hört der Spaß sehr schnell auf und weicht der Frustration. Dolmen hätte an einigen Stellen noch zusätzlichen Feinschliff vertragen können. Im Grunde spielen sich die Kämpfe gut, jedoch stören immer wieder Ungereimtheiten den Spielablauf. Ebenfalls schade, es gibt keinen klassischen Koop-Modus. Lediglich in Bosskämpfen dürft ihr mit anderen Spielern kooperieren. Wollt ihr euch gar Verstärkungen vor einen Endgegner zur Seite holen, müsst ihr gar eine Belohnung bezahlen. Möchtet ihr im Koop Bosse wiederbeleben und ausschalten, kostet das wiederum gesammelte Dolmenkristalle. Durch diese Reglementierung dürfte der Koop für viele leider unattraktiv werden. Dafür überzeugt die Levelstruktur. Fühlt sich Ravion Prime anfangs noch wie ein Labyrinth an, bricht das Spiel mit der Zeit aus und zeigt auch größere Außenareale und andere Bereiche. Dazu lockern immer wieder Umgebungsrätsel die Strukturen auf und sorgen so dafür, dass ihr hin und wieder nicht nur die Finger, sondern eben auch euer Hirn einsetzen müsst. Hier stimmt die Mischung aus Environmental Storytelling, den Puzzles und auch der Spielmechanik einmal. Und deshalb unser Fazit. Alles in allem entpuppt sich Dolmen als solide Science-Fiction Souls-like mit einigen guten Gameplay-Ideen, aber leider auch zu vielen Patzern und Designschwächen. Auch wenn gerade die Kampfoptionen und das spätere Level-Design durchaus überzeugen, so sorgen doch die vielen Ungereimtheiten für viel Frust und Ärger. Die diversen Schwachstellen im Kampfsystem muss Massive Work Studio in den kommenden Wochen und Monaten noch ausbügeln. Auch an der Verteilung der Leuchtfeuer oder der Gegner-KI sollte noch einmal Hand angelegt werden. Größtes Problem für Dolmen ist aktuell die übergroße Konkurrenz durch Elden Ring. Wer FromSoftware's Open World Souls kennt, dem wird Dolmen wohl eine Nummer zu klein vorkommen. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns gerne, wie euch dieses Video gefallen hat, wie euch Dolmen gefallen hat und auf welche Souls-like Spiele ihr sonst noch so steht. Damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen dieses Testvideos hier auf dem YouTube-Kanal von Games.DH. Den detaillierten Artikel inklusive Wertung findet ihr auf unserer Website. Schaut da gerne vorbei. Und damit bis zum nächsten Mal hier auf dem YouTube-Kanal von Games.DH. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.